Jetzt ist es raus! Seit einiger Zeit wird vermutet, dass Pietro Lombardi wieder in festen Händen ist. Doch richtig zugeben wollte es der Sänger noch nicht. Erst vor kurzem postet er ein Bild in seiner Instagram Story, das ihn Händchenthalten zeigt. Dazu schreibt er, wenn ich mich bereit dazu fühle, erzähle ich euch bald mehr. Und jetzt ist es wohl soweit. Der Ex-DSDS-Star, der seit der Trennung von seiner Ehefrau Sarah keine Beziehung offiziell bestätigte, verhält sich nun ziemlich offensiv. Zwar ist es immer wieder zu Spekulationen mit diversen Liebeleien gekommen, doch der 28-Jährige hat sich stets bedeckt gehalten. Bis jetzt. Auf seinem Instagram-Profil postet er ein Bild, das eine ganz klare Message versendet. Unter dem Bild schreibt der Musiker, die richtige Person verändert dich nicht, sie verbessert dich. Eine süße Liebeserklärung an seine neue Freundin Laura Maria. Auch sie ist sichtlich überrascht von ihrem Liebsten und kommentiert das Foto mit Ui. Die Fans sind hellauf begeistert von der Offenheit der Turteltauben und freuen sich mit den beiden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.